Unsere ersten Minuten mit dem Steam Controller auf der GDC in San Francisco verlaufen erfolgreich. Mit dem Gamepad von Valve können wir vom ersten Augenblick an besser in Ego-Shootern kämpfen als mit klassischen Analog-Sticks. Abgesehen von der bewegungsempfindlichen Steuerungsfläche entspricht der Steam Controller den Standards, die vier bunten Knöpfe sind etwas weiter unten angebracht, die restlichen Trigger, Schultertasten und der linke Analog-Stick sind sinnvoll platziert und bieten alle einen guten Druckpunkt. Übrigens lässt sich auch die Touchfläche an vier Stellen eindrücken und fühlt sich sehr angenehm an. Noch nicht ganz zufrieden sind wir mit dem verwendeten Plastik. Verglichen mit den Controllern von Microsoft und Sony wirkt die Oberfläche des Steam Controllers etwas billig. Bis zur Veröffentlichung im November 2015 kann sich das laut den Entwicklern aber noch ändern.